Ein Kameramann und guter Freund Eric hat einen Tag lang für mich gekocht. Ich werde den ganzen Tag über einfach ein paar miese Kommentare bringen hier von der Seite, ein bisschen abpacken, damit man weiß, wie ich mich überfühle. Wir haben nicht nur Bacon, wir haben nicht nur Pancakes, sondern Max hat sich auch noch Hashbrowns gewünscht. Das Frühstück hat keinen meiner Wünsche offen gelassen. Crunchy. Dann ging es weiter mit dem Mittagessen. Das alles komplementiert die Nudeln sehr, sehr gut und es ist eine geile Kreation, also wirklich sehr, sehr geil. Zum Abschluss nichts Geringeres als... Biria Tacos. Nach der Zubereitung direkt auf den Grill. Gehen Sie schon langsam. Uiuiuiuiuiui. Ich schwöre es dir, Digga, dieser Geruch bringt mich direkt nach Miami. Ich glaube, ich brauche dringend einen neuen Kameramann. Eric muss ab jetzt immer für mich kochen.